Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gott, steh mir bei, wenn er es ist. Hier unter diesen Trümmern ist die Zisterne, von der ich dir gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Gib mir die Haue und du stelle dich hierher. Du Zitust? Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt hier. So mache fort. Im Arbeiten wird er schon warm werden. Und jetzt tableierst du dich. Gerhardt gerät. Hier ist er. Musik Musik Komm, hilf, komm, hilf, doch diesen Stein mir heben. Hab acht, hab acht, er hat gewischt. Ich helfe schon, sorgt euch nicht, ich will mir auch nicht. Musik Ein wenig noch, erbult, erweicht, nur etwas noch. Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht, nur etwas noch. Musik 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 Was zauderst du in deiner Pflicht? Mein Vater, nein, ich zaudre nicht, ich zaudre nicht. Was zauderst du in deiner Pflicht? Mein Vater, nein, ich zaudre nicht, ich zaudre nicht. Nur hund ich fort, nur frisch gekraben. Er sollt ja nicht zu klagen haben. Es wird nicht lang, 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 es wird nicht lang. Und raven, es wird nicht lange, um der Sperr.